Die Seele der Pflanze Das ätherische Weihrauchöl Frankincense Teil 1 Warm, würzig und rein Kannst du den warmen, würzigen, reinen, erdenden Duft von Weihrauch riechen? Ich stelle dir hier das ätherische Weihrauchöl namens Frankincense von doTERRA vor. doTERRA deswegen, weil man bei der therapeutischen Anwendung ätherischer Öle auf einiges aufpassen darf, damit sie unterstützen und nicht schaden. doTERRA stellt zu 100% naturreine ätherische Öle in therapeutischer Qualität her. Diese Eigenschaft ist die wichtigste, therapeutische Qualität. Diese Qualität findest du bei günstigen Ölen nicht. Sie haben bestenfalls den Nutzen, mehr oder weniger gut zu riechen und können ansonsten nicht viel und schon gar nicht therapieren. Natürlich gibt es einige sehr wenige Firmen, die ebenfalls hochwertige ätherische Öle herstellen. Ich persönlich bin aber von den doTERRA-Ölen begeistert, verwende sie fast täglich in allerlei Situationen und habe viele gute Erfahrungen bei mir, bei Menschen und auch bei Tieren gemacht. Wenn ich also ab jetzt von ätherischem Weihrauchöl spreche, so meine ich Frankincense der Firma doTERRA. Alle doTERRA ätherischen Qualitätsöle sind authentisch, unverfälscht und sortenrein. Das bedeutet, sie sind absolut naturbelassen und unverändert, enthalten nur das Öl ihrer Stammpflanze, keine synthetischen Zusätze und werden nicht mit anderen Ölen gestreckt. Die kostbaren Essenzen stammen ausschließlich aus den Blättern, Blüten, Samen, Früchten, Zweigen und Wurzeln der Pflanzen. Das ätherische Weihrauchöl wird aus Harz gewonnen und wird auch Harz der Götter genannt. Weihrauch wird auch als König der Öle bezeichnet, denn er ist aufgrund seines reichhaltigen Aromas eines der wertvollsten und kostbarsten Öle. Bereits vor Jahrhunderten verwendeten die alten Ägypter Weihrauchharz in vielfältiger Weise, zum Beispiel für Parfüms und Salben. Seine beruhigenden und verschönernden Eigenschaften können die Haut verjüngen, beruhigen diese und können das Auftreten von Unreinheiten bei äußerlicher Anwendung auf der Haut reduzieren. Aromatisch angewendet fördert er Gefühle von Ruhe, verbreitet eine ausgeglichene, ausgewogene Stimmung, Zufriedenheit und fördert das allgemeine Wohlbefinden, sowie Gefühle von Frieden, Entspannung und Beruhigung. Weihrauch kennst du vielleicht auch aus der Kirche. Ich persönlich habe eine ganze Zeit lang gebraucht, um Weihrauch schätzen zu lernen, denn der Duft ist nicht meiner. Okay, ich fand ihn grauselig. Er wird beschrieben als holzig, erdig und angenehm frisch. Naja, für mich war er muffig und alt und ich hatte eine regelrechte innere Abneigung. Aber hey, oft ist es so, dass man genau das braucht, gegen das man eine Ablehnung an den Tag legt. Für den Diffuser kommt er für mich immer noch nicht in Frage. Übrigens, bitte verwende keine Duftlampe. Da verbrennen die Öle, die Wirksamkeit geht kaputt und schlimmstenfalls entstehen giftige Dämpfe. Aber ich habe gelernt, respektvoll mit diesem hochschwingenden Duft bzw. seiner Essenz zu wirken und bin sehr dankbar für das, was Weihrauch alles kann. Nämlich irgendwie alles. So ähnlich wie Lavendel. Nicht jedes Öl ist dafür geeignet, auf der Haut angewendet zu werden. Nicht jedes kannst Du einnehmen und nicht jedes ist zum Verduften in einem Diffuser geeignet. Wie wendest Du also Weihrauch an? Die Anwendung kann innerlich, äußerlich oder aromatisch je nach Anwendung auch unverdünnt angewandt werden. Und das geht so. Wenn Du sofortige Erdung brauchst, so nimmst Du einfach die Weihrauchflasche her und riechst an der geöffneten Flasche. Oder Du kannst einfach einen Tropfen ätherisches Weihrauchöl auf Deine Handfläche geben und verreiben. Aus den Handflächen inhalieren und den Rest in Deinen Nacken einmassieren. Aromatisch im Diffuser fördert Frankincense das Gefühl von Entspannung und Zufriedenheit und mindert im Gegenzug gleichzeitig Ängste, Wut und Stress. Mit Weihrauch kannst Du baden. Hierzu vermischst Du wenige Tropfen Weihrauchöl mit einem fetten Trägeröl, wie zum Beispiel Mandelöl, und gibst es dann in die volle, heiße Badewanne. Durch das Trägeröl nimmt Deine Haut das Weihrauchöl ideal auf und nährt Deine Haut aber auch Deine Seele. So verhält es sich auch, wenn Du es als Massageöl verwendest, um Verspannungen zu lösen. Zur Massage 5 Tropfen mit 10ml pflanzlichem Trägeröl mischen. Als Parfüm eignet sich Weihrauch auch hervorragend, naja, wenn man den Lufthalt mag, ne. Hierzu 1 Tropfen davon mit 10 Tropfen Trägeröl mischen. Zur Reduzierung von Hautunreinheiten gib 1-2 Tropfen in Deine Tagespflege- oder Körperlotion. Massiere Deine Hände mit Weihrauch nach einem langen Tag voll Gartenarbeit und genieße seine beruhigende Wirkung. Auch die Einnahme von Weihrauch ist bei vielen Beschwerdebildern sehr sinnvoll. Dieses ätherische Öl kann sogar bei der Heilung von Krebs eine sehr hilfreiche Rolle spielen. Wenn Dich das näher interessiert, schaue hierzu gerne das Video Die Seele der Pflanze – das ätherische Weihrauchöl – Frankincense Teil 2 Weihrauch ist jetzt nix, was Speisen aromatisch machen würde und wird nicht zum Verzehr genommen. Also zumindest halt, wenn man einen guten Geschmack haben will, ne. Jedoch kannst Du einen Tropfen täglich zum allgemeinen Wohlbefinden für Deine gesamte Fitness und Deine geistige Klarheit pur unter die Zunge geben. Weihrauch gelingt es, die Bluthirnschranke zu überwinden und dient somit als Vektoröl für andere ätherische Öle. Über die Schleimhäute ist das ätherische Öl ruckzuck in Deinem Körper und verteilt sich. Abgebaut sind ätherische Öle im menschlichen Körper nach wenigen Stunden. Aber das sind alles persönliche Erfahrungswerte, die Du selbst ausprobieren darfst. Lass Deine Intuition Dich führen. Beachte nur, weniger ist mehr. Weihrauch reduziert Stress und negative Emotionen. Er stärkt das Immunsystem und die Atemwege. Außerdem unterstützt er die Zellerneuerung, Stichwort Anti-Aging-Effekt, und garantiert eine Feuchtigkeitsversorgung der Haut. Als Mundspülung fördert er die Mundgesundheit und lindert Halsschmerzen. Spüle einfach mit Wasser und einem Tropfen Weihrauch darin nach dem Zähneputzen Deinen Mund. Weihrauch unterstützt die Wundheilung und verschönert das Narbenbild. Es ist außerdem ein tolles Schlaföl. Das Gedächtnis wird von Frackinsons gestärkt und hilft dem Körper auch dabei, gut mit Entzündungen umzugehen. Es ist nicht nur hilfreich bezüglich Deiner Haut, sondern auch für Deinen Bewegungsapparat und für Deine Gelenke. Bei Hautunreinheiten bietet er ebenfalls eine gute Unterstützung. Im Prinzip kann Weihrauch auf der Haut auch das, was Lavendel kann. Wenn Du Dich verletzt oder geschnitten hast, so richtig mit Blut und Aua und so hatten wir ja schon beim Lavendel, vielleicht erinnerst Du Dich. Wenn Dich Deine Katze gekratzt hat oder Du sonst eine Verletzung erleidest, dann gib ätherisches Weihrauchöl pur darauf, auch wenn ich Lavendel für das passendere Öl hier halte. Aber nebst Lavendel ist Weihrauch das ätherische Öl schlechthin, wenn Du nicht weißt, welches Öl Du verwenden sollst. Mit Weihrauch und auch mit Lavendel kannst Du nichts falsch machen. Das Weihrauchöl von doTERRA brennt nicht auf offenen Wunden. Weihrauch wirkt entzündungshemmend und hilft Deiner Haut bei der Heilung, unterstützt die Wundpflege, ebnet Hautunreinheiten, Narben und Dehnungsstreifen. Es hilft außerdem bei trockener Haut. Da Weihrauch außerdem bei Entzündungen eine sehr deutliche Wirkung zeigt, hat es sich beispielsweise bei rheumatischer Arthritis als natürliches Schmerzmittel bewährt. Ätherisches Weihrauchöl ist ein Alleskönner. Es ist übrigens auch ein Top-Öl für Deine Haustiere. Bitte ziehe hier aber jemand Fachkundigen zurate. Achso, wie funktionieren ätherische Öle eigentlich? Beim Einatmen erreichen die Moleküle das Gehirn innerhalb von 22 Sekunden. Nach dem Auftragen auf die Haut dauert es nur zwei Minuten, bis sie den Blutkreislauf erreichen. Nach 20 Minuten wird jede Zelle des Körpers vom Öl beeinflusst. Weniger ist mehr. Anhand des Pfefferminzöls lässt sich belegen, dass ein Tropfen Öl die Konzentration von 28 Tassen Tee hat. Nur mal so zum Vergleich. Daher benutze ätherisches Öl sparsam, wohldosiert und achtsam. Achte aber trotzdem auf Deine Intuition. Wenn Du Lust auf einen Hauch Weihrauch bzw. Entspannung und Ausgeglichenheit hast, dann gönn es Dir. Es reicht auch oft schon, nur an der Flasche zu riechen. Lieber mehrfach täglich ganz wenig als einmal die halbe Flasche. Überdosierung merkst Du zum Beispiel an einem Schwindelgefühl oder Kopfschmerzen. Übrigens, jedem Chakra sind verschiedene ätherische Öle zugeordnet, die in der Lage sind, die Chakren zu öffnen und auch Blockaden zu lösen. Chakren können mit verschiedenen Möglichkeiten wie zum Beispiel Yoga, Meditation, Reiki oder anderen Energiearbeiten stimuliert und beeinflusst werden. Oder aber auch von ätherischen Ölen. Der Weihrauch gehört im Chakrensystem, dem Sakralchakra, an. Weihrauch hat eine erdende, klärende und reinigende Wirkung auf unsere Seele, aber auch auf Energien, die bei Dir im Hause Einzug gehalten haben. Mit Weihrauch kannst Du diese klären. Weihrauch kann depressive Verstimmungen lindern und dient so als natürliches Antidepressivum. Für Menschen, die spirituelle Lehren praktizieren, ist Weihrauch ein wichtiger Teil ihres Lebensstils. Es repräsentiert die Wärme und Verbindung zum Vater, wirkt zentrierend, lässt Dich geliebt und beschützt fühlen. Weihrauchöl ist energetisch hochschwingend und öffnet Dich für die Spiritualität und Weisheit. Es wird auch als das Öl der Wahrheit bezeichnet. Weihrauch nutze ich daher gerne zur Energiearbeit und Meditation. Dies hier war ein mehr oder weniger kleiner, einfach anzuwendender Einblick in die Welt des Weihrauchs. Du siehst, ätherische Öle sind vielseitig einsetzbar und dies war der Basiseinblick quasi. Viel besser ist es, wenn Du Deine eigenen Erfahrungen und Dich vor allem gut kundig machst. Die Verwendung des hier beschriebenen ätherischen Öls erfolgt in eigener Verantwortung und die Information ist keine Gesundheitsberatung, sondern beruht auf eigener Erfahrung sowie der Ausbildung im Bereich des Aroma-Coachings. Und dieses Video dient der Information und Weiterbildung und ersetzt keinen Arzt- oder Heilpraktikerbesuch. Ich teile hier mein Wissen mit Dir. Möge es auch für Dich hilfreich und bereichernd sein und Dir Lust machen, Dich näher mit der Seele der Pflanze zu beschäftigen, sodass Du Dich selbst und auf natürlichem Wege mit der Kraft der Natur unterstützen kannst. Wenn Du Dir unsicher bist, finde fachkundige Hilfe. Vor allem, wenn Du ätherische Öle bei Deinem Haustier anwenden möchtest. Hier gibt es einiges zu beachten. So, viel Freude mit dem König der Öle, dem Weihrauch. Alles Liebe, Deine Tanja Hansen